Das ist doch Bombe! Los Eva! Kleiner Rekrut! Nicht, dass Eva wieder ausrastet und alle anderen tötet aus ihrem Team. Ja, in meinem eigenen Team, gell? Lava kein Scheiß, als ob ich das nicht... Oh, oh, da fährt die mich von der Seite an. Nee, ich fahr dich von Frontal, damit du noch siehst, wer dich überfährt. So bin ich. Mit ihrem Rentnermobil. Ey, das ist zum Beispiel meine Knutschkugel. Das ist meine Knutschkugel wohl. So. Mach doch hier mal provisorisch zu. Und wo können die noch kommen? Lade nach! Drohne kommt! Ja, einfach nicht hier die Tür öffnen, dann wird das alles. Noch einer? Ja? Nee, 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 ich geh jetzt nicht raus. Ich muss nur... So. Wer hat denn jetzt die Tür öffn gemacht, dann können jetzt die Drohnen durch ihr helfen? Ich hab drei schon kaputt gemacht. Ich bezweifle, dass hier noch einer den Weg findet. Oh, ich komme! Oh, Ida! Du hast hier das zugemacht? Ja, ich hab da alles zugemacht. Lass es. Ja, scheiße. Ich hab hier ja noch einen Laser dran. Ich hab immer Laser. Ich bin... Laser. Bro. Das ist voll Laser von dir. Mhm, kennst du noch? Dieses Lied? Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Da ist einer! Entlasert. Da! Guten Morgen, Isa! Da, hinter dir. Schieß durch die Wand. Er hat mich gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Meine Kamera. Ist da noch einer? Oh, die ist ja kaputt. Weiß ich nicht. Die Kamera ist verbot. Zweiter Stock. Komm, mein Idiot kommt selten allein. Ah! Blöd! Das sind Störsender und dann kannst du verhindern, dass die irgendwie... Ja, das weiß ich, weiß ich. Okay, gut. Störsender einsatzbereit. 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 Also. Ich glaub, da kommt jemand, oder? Störsender. Von oben? Nein. Bei uns hier. Unten. Ha! Hast du gemacht? Idiot. So, wo ist er denn? Eltaco. Ah, da ist unser Eltaco. Eltaco ist oben und tötet... Eltaco? Eltaco. Eltaco. Mami. Eltaco ist ein Stromstoß, Billy. Eltaco ist ein Stromstoß, Billy. Es existiert wirklich Eltaco. Guck mal, Eva. Das Bild auf der anderen Seite runtergerissen. Warte. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Warte. Guck mal. Meine schöne... Ja, wo? Oh! Kaputt gemacht. Der Hammer. Er hat dich als Lockvogel benutzt. Wir sprengen jetzt Fände. Kann man mal auf die Fahrrad setzen oder so was? Ja, mit Punkten. Renum-Punkten. Auf Deutsch anziehen. Oh, Isa! Du Arsch! Nö, da sagst du nicht Bescheid! Nö, du bist wohl Recruit? Ja. Aufsache du suchst dir noch dreimal jemand anderen aus. In zwei Sekunden. Oh, hab einen. Oh, no, no. Etaco. Oh, Eva. Ja? Oh, nein! Breitbeinig. Hast du mich beobachtet? Ja, ich hab sogar markiert für dich. Du bist ein Asi. Deswegen haben die mich gefunden. Ich liebe dich auch. Ja, aber trotzdem, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Genau. So, liebe Leute. Von heute. Liebe Leute von heute und gestern und demnächst. Du kannst nicht durch die Fenster schießen mit der Waffe von dem... Was denn? Ich mach doch gar nichts. Ich möchte gerne hier rüber rennen. Stimmt denn mit dir nicht, Eva? Nur einige. Aber was stimmt denn mit dir nicht? So. Ich lauf mir da drüben, oder? Ah, hier dann. Ne, ich bin da nicht. Hier oben. Drohne bereit. Machen wir die kaputt. Ist überhaupt jemand? Ja. Was tun wir da? Oh, da oben ist einer. Ich hab'n Laser. Sprengladung in Position. Ey, Paco, das kannst du nicht kaputt machen. Oh, ja. Ho, ho! Ist nicht oben. Ich gucke nur, hör'ne. Achtung. Ja. Plup. 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 Oh, er hat mein Loch, ey. Okay. Von hier, nur nach dem. Recht ist es zu. So. Stirb. Hier ist einer drinnen. Da ist einer drinnen. Bei der Garten. Oh. Von wo? Ah, ha, vor mir. Ja. Du hast mich angeschossen. Ja. Du hast mir dann. Du hast Feuer gelockt. Ich bin immer vorne, weil ich... ...einen Monsterstil habe. Ja, du hast... ...eine... mit hatte gut erst nach unten worden die gucken nach fallen weil sie dann bei der etwa link in der ecke ist eine vor mir direkt ach verdammt der hat mich ich muss benachladen erst recht ja ich muss hier erstmal bleib mal da ich muss nachladen scheiße einer vom eigenen druck verbleibt hast du noch mit kanal nein da ist auch so ein abfahrgerät nein oh kürt leer laugen ey tako ey tako ey tako ey tako ey tako ja ja spieler spiel das erste mal und hat es uns verziehen ach es geht das scheint nur so genau das ist alles nur Illusion Illusion mit einer Menge Fantasie Kannst du alles sehen, was du willst? Was du willst? Du bist doch... Du bist doch nicht mehr gefallt, ne? Äh, wieso ich? Die Geisel muss beschützt werden. Weil ich das behaupte jetzt einfach mal. Du kannst gar nichts behaupten, du kannst nicht mal reden. El Taco, Estalineco. Einen Hohner hat von Reindy... Die Position der Greifelste droht. Ne, egal. Im Einsatzbereich bleiben. So. Einmal, dass die nicht hier rein können. Und hier rein können. Zehn Sekunden auch. Fünf Sekunden. So wird Drohne. Du, du hast entdeckt. Oh. Die Gegner haben sich kontaktiert. Die Geisel sind so viel Platz ein. Das ist unglaublich. Unglaublich, Nancy. Oh, Pustum. Unglaublich. Und wieso ist diese Tür offen? Geh weg. Oh, ohne Witz. Ich wurde wieder zurückgezogen. Ich bin hinter dir. Nein. Nein. Hier. Hinter. Ja. Die sind hier hinter? Gar nicht. Oh, ich hatte voll Angst, ne? Hä? Lack stabiler. Ja, machst du die Türchen noch zu oder was? Ganz ruhig, Eva. Raste doch nicht aus. Dacheldraht bereit. Aber du musst doch die Türchen nicht schenken. Oh, und hier war sie auch schon wieder. Mein Gott. Ja, natürlich war ich da. Oh, und hier war ich da. Nein. Wo? Und wo? Oh, oh, oh. Und auf ihn schießt, glaube ich, einer. Lass ihn schießen. Ach, das ist der Tag. Ich hatte schon Angst. Ah, nein, 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 nein. Pass auf, einer aus dem Fenster. Da ist da unten. Ja, okay. Erik, anders vor dir, das müsste der mit dem Hammer sein. Ich bin ein In-Hermar sein. Ich bin ein In-Hermar sein. Ja, kein Täter. Was? Mein Typ hat gerade gesagt, ich bin ein In-Hermar. Ach so, der hat gerade gesagt, ich bin ein In-Hermar. Wer hat schon den angebracht? Ein Außen-Femmser-Schiss, ne? Ja. Ja, das ist der. Okay, vorne scheint sicher. die haben noch bald das ist hier oder du wurdest entdeckt dann such mal die drohne ja die geise ist so fett die lässt mich nicht durch ich mach immer nur kack Vorarbeit, das merkt mich grad magelose Krieg, sehr schön